Hallo und herzlich willkommen zum Bus Simulator 18 mit den Chris. Hallo. Hallo. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Ja. Einladung angenommen? Ja. Ich kenne mich da überhaupt. Klass dich. Ja. Oh, sind sie drin? Hallo. So, magst du fahren? Soll ich fahren? Ja. Du lieber, ich kenne mich da nicht ab. Glaubst du, ich kenne mich aus? Wie betretet man denn den Stand da überhaupt? Du musst da unten. Ah, ok. Und ja, du kennst den, du hast den Führer schon. Wie startet man den Scheiß da überhaupt? Was sind die Tieren eigentlich, weil er oben fährt? Ähm, die ist so. Vordertür ist zu. Ich stehe dran. Ja. So, äh. So. Wie blinkt man überhaupt? Nächster Halt. Astra Promenade. So. Ich stehe dort. Hahaha. Das verstehe. Ups. Äh. Ups. Hintertür ist... Zwei. Ups. Du kommst ja nicht rein. Ich brauche eine Fahrkarte. Äh. Fahrkarte. Äh. Fahrkarte. Fahrkarte. Äh. Äh. Standard. Drucken. Was? Ich möchte. Äh. Äh. Standard. Ernst. Was mache ich falsch? Mach's nicht. Mach's nicht. Du hast wieder irgendwas. Achso. Für die Woche. Geschlechtig. So. Zau. Da. Äh. Wie komm ich da jetzt wieder... Wie komm ich da zurück? Achso. Okay. Ich hab jetzt kurz ausgekommen. Hier. Bitte. Warte. Alle drinnen? Ja. Wir haben schon viel Geld verdient. Die hat keinen Karten gehabt, der eine. Irgendwie komm ich jetzt... Raus? Der muss pupen. Pupen und warten muss. Lass mich raus! Wollt ab gehsteig! Lass mich raus! Soll ich ausstehen und den Weg gefahren? Das hat er gemeint. Was hat er gemeint? Habe ich ihnen schon gezeigt? Na. Habe ich ihnen schon gezeigt? Habe ich ihnen schon gezeigt? Ich bin in meine Fakten. Wie hofft man den in das Spiel? Es hat kaum noch nicht. Wir gingen immer gern blind rein. Macht's viel mehr Spaß. Joop! Das ist die letzte Folge von Winter der Leiden, schon gesehen. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gesehen. Wo ist die Hupe? Was ist die Hupe? Nein, was ist da vorne? Fahre endlich eine Weile, es gibt es ja nicht. Es ist nicht mehr Ampe da. Ein Fernlicht. Da fahren wir. Wie schnell darf man überhaupt fahren da? Da ist wahnsinnig, ich habe vorbeigefahren. Er hat nur in die Musik abdrehen, oder? Wo ist denn der? Oh, tut mir leid. So ist es praktischer, wenn man so zweit ist. Vielleicht kein einer, der den anderen am Sack geht. Und da mag einer auf der Bushaltestelle. Wo ist die? Sie ist nicht. Da vorne, gell? Ja. Ja. Nächster Halt. Zevermann Forscher. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gespielt. Ich habe ein UFO gespielt. Und die Vorkarten? Ich weiß, ich kann nicht mehr drücken. Ja. Ja. Sollte ich hinten aufmachen? Ja. Hinten kannst du schon aufmachen. Kontrollier. Oh, das hat sie gut gemacht. Einzelnd. Standort. Achso, ich wollte zwei. Warte zurück. Einzelnd. Standort. Zwei. Drücken. Fünf. 50-10. Eine Fahrkarte bitte. Einzelnd. Standort. Aus. Drücken. Ups. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzelnd. Sensor. Genau. Sensor. Was? Habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Also Tag. Eine Fahrkarte bitte. Hahahaha. Ich hoffe, da kommt wirklich immer so an. Hier. 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 Hier ist die Fahrkarte. Und hier. D. Ich sehe, dass sie aussprechen. Ich mag das mit der Marzin hören. Hey, Marzin. Ich habe gesagt, oder? Ja. Ich habe Müll gefunden und da hat eine Mülle liegen lassen. Ich glaube ich spinne. Öha. Nahtspeichel Nahtspeichel Der Müll hat sich ja eigentlich in der Hand Da gibt es nicht mehr Mistgeber, wir sollen ja nicht gehen Mach das Fenster auf, ich schmeiße Müll aus Fahrerfenster, kann man das aufmachen? Glaubst du, ich kenn mich ja aus Ich weiß nicht mehr wo die Huppe ist, auf H Ah, auf H Wie? Wie wollen sie die denn noch lehnen? Aufsehen Willkommen in Wiener Linien Wo können wir sie nicht hinbringen Aber komischerweise gibt es den Bus noch eins Beziehungsweise eine Skin Oder vielleicht gibt es das nur mit einem Einzelspieler War das jetzt richtig? Bin ich jetzt richtig rüber gefahren? Ich hab keine Ahnung Ich glaub schon, solange kein Minus kriegst Passt schon Nichts, perfekt geparkt Zu spät, wieso so spät? Perfekt, hat's gesagt, das wieder ist Ops, wir sind schon eine Minute um 50 ist jetzt zu spät Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Achso, so wieder so spät. Tag, Student, Anna. Aha, Oma, vergisst die Busch-Akkurten. Äh, Woche, Student, Anna. Hier ist die Fahrkarte und hier ist ein Bild von meiner Katze als Erstmauze. Wollen sie dich dann noch sehen? Ja, geh zur Tür. Pack ich ja nicht. Solange man keinen ruhigen Stuhlfahrer haben, pass. Ich werde dich wahrscheinlich hundertprozentig jetzt übersehen. Aufpassen, langsam fahren. Aber das muss man erst mal über. Was ist denn nicht so alt? Stell gleich da vorne. Schon wieder? Hört irgendeine Beile Musik. Das habe ich Ihnen schon gezeigt. Ich höre Musik, unerflückt. Oma, Oma hört Musik, die alte Frau hört Musik. Und so gehst du über die Fahrkarten. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans der Familie zurückkehren würde. Eine Fahrkarte? Ja, das mal schaue ich einmal, dass ich es gleich richtig kriege. So, Wechselgeld. Tag, Standard. Äh, Woche, Standard. Hier, bitte. Wollen sie die denn noch sehen? Hab ich Ihnen schon gezeigt? Hab ich Ihnen schon gezeigt? Und wie ist denn? Foto von meiner Katze. Für das erste Mal aus. Hier. Hier. Dann gehst du halt nicht nach Hamburg ein. Dann gehst du halt nicht da, aber... Hahahaha. Stopp. Endstation. Bitte alle aufsteigen. Hier kommt der Bus. Hier kommt der Bus. Mach den Blatt frei. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Na? Hahahaha. Oder dass du einen Schitz hakt? Na? Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Hahahaha. Hahahaha. Pass auf, pass auf. Hahahaha. 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 Ich hab kein Minus gemacht. Stopp. Hahahaha. Göttin, Frau. Hahahaha. 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 Das sind so Fallout 1 und 2. Hahahaha. Hahahaha. Es ist noch Müll? Hat noch Müll vergessen? Ah ok. Es ist kur Trend.... Nimm so Zeit. Neues.. We app, neues Teagle, neue Farbe. ja wir haben nichts viel falsch gemacht wir sind nur so spät gefahren daten noch nicht verfügbar bitte die fahrt abschließen haben wir ja gerade was willst von mir eine neue strecke machen streckenplan du kannst überall anfangen kannst von strecke so bei der nächsten fahrt fast du soll ich eine strecke machen ja die darfst du fahren musst auswählen fahrer zuweisen ja wir müssen uns erst am fahrer kaufen aber jetzt einen gescheiten bus vielleicht zu kaufen na gut dann fahrt die koop fahrt beginnen und nicht nur fahrt muss ich zerdrücken oder du ja ja mit der wiener linie im bus einfach mit einfach auf die die unterfahren du musst die tür zu machen du musst die tür zu machen auf 1 ok so und ich fahrt mir dann auf wie gibt es gas auf wie gibt es links und rechts blinken ja wer braucht einen blinker wir fahren aber was dazu wenn es den blinkern nicht setzt verlieren wir geld kann es eh bei das aufmachen 1 und 2 so du bist einfach so angestiegen hier ein tag dann habe ich endlich frei habe ich ihnen schon gezeigt das ist ja schon gar nicht ich hab sie vergesst oha nächster halt astra promenade hängig ruhig vor mir es ist am viel zu lang im alten siegewerk Saufen wir das? Was? Wer? Der alte Mann! Hallo! Tut mir leid! Der alte Mann! Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen! Erstmal egal! Vergiss halt nicht beim rein- und rausfahren den Blinker, das ist halt für das Spiel wichtig. Wollen wir den? Q für links und E für rechts. Nächster Halt, Astra Promenade! Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Ja! Na! Bitte alle aussteigen! Wiedersehen! Ich brauche eine Fahrkarte! Na klar! Hier! Standort 1! Bitte! Danke! Bitte! So! Na klar! Fahrkarte! Hier! Na klar! Hier! Bitte! Habe ich jetzt Hallo? Na klar! Hier! Habe ich ihn schon gezeigt! Was? Ach so! Du wirst auf mich vor der nächsten Zeit! Ich sitz echt! Ja! Ich krieg Minus! Ich sitz im Blinker und der fahrt einfach zu! Ich glaub ich spiel mit dem! Wo? Wollt man da nochmal? Ah Wahnsinn, da macht er Minus. Ich sehe dich oben, oder? Äh, H. Nila! Na, aber schließt, da kannst du fahren. Das gehört, ich hasse es. Das nächste Mal steig ich in das Auto an und fahr mit dem Auto, hm? Wir sind Minus 1, also wegen ihm. Er wollte... Was Minus 1? Minus 1 Minuten schon. Ach so. Ich fahr, ich will raus fahren, er lasst mich raus, fahr mit der Fährder 4. Hättest du mich raus verlassen. Ah, das ist echt nicht mein Wetter. Das ist echt nicht mein Wetter. Ja, das ist für euch allen nicht das... Euer Wetter, oder was? Du wieder? Wo? Wo? Also da, du. Ich mach's leiser. Ja, dafür sechsmal deine Fahrkarte. Ich hab's schon gesehen. Ja, das ist mal egal. Sie hat's verdient. Warum schaust du eigentlich aus wie der Joker, oder? Vielleicht bin ich. Nächster Halt. Salaman Forschungszentrum. Salaman Forschungszentrum. Wow. Wow. Perfekt gepackt. Wow. Perfekt gepackt. Tschüss. 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 Komm nicht wieder. Es ist einfach wundervoll. Ja, es ist einfach wundervoll. Du kannst mir... Kannst mir gleich die Fahrkarte zeigen. Oha. 120 Euro. Oha. 200. Was ist mit dir? Hundertmal. Ich hab' ihnen meine Fahrkarte schon gezahlt. Na klar. Na klar. Hier. Was? Ach so. Wir haben meine Fahrkarte schon gezahlt. Was? Wir haben 200... 200 Dollar verdient. Oha. Da hat der Müll. Ähm. Ähm. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Ja, ich habe auch nicht gedacht, dass... dass Fred... eine Beziehung mit ihm gehabt hat. Ui. Warum steht sie? Kannst du dich hinsetzen? Hm? Dass die immer brav blinken. Ja. Na ja, ich habe jetzt... Ich hoffe nicht vorherriss. Was? Ein Tages... ...standard... Ich habe schon wieder Müll vergessen. Jetzt muss ich dir Geld ausgegeben. Ich brauche einige Fahrkarten bitte. Einige? Standard... ...zwei. Fahrkarten bitte. Klar. Fahrkarten bitte. Du kannst mir auch gleich die Fahrkarte zeigen. Fahrkarte. Danke. Und? Was? Ah, jetzt habe ich das verpasst, was ich gesagt habe. Moment. Wo ist meine Tasche? Habe ich gestohlen? Wo habe ich denn... Ah, habe ich gestohlen? Achso, der blinkt ja automatisch ab. Ich denke, war das nicht. Ja, er geht automatisch ab. Weiß, wir halten schon wieder Musik. Ich baue gar nicht vor. Da die alte Frau! Das tut mir leid. Au, was habe ich jetzt gemacht? Was führst du auf? Bist voll über den Randstein gefahren. Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte... Sie haben meine Fahrkarte schon... Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hundertmal. Gut spät. Ja, Alter, was sie machen. Der Randstein war im Wicht. Was ist mit ihr? Die Tageskarte ist Standort 2. Steigt es aber auch hinten. Das macht es scheiter. Das wollen die meisten nicht. Das ist immer klar. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte bitte. Tag... Stand 1... 1. Hier, bitte. Es muss ja auch hier erstmal Geld rausgeben. Mhm. Hier ist die Fahrkarte... Und hier... ... ist dein Brot von meiner Kratze. Sie hat sie... Warum steht dieser alte Dame nur die ganze Zeit? Nächster Halt! Median Center Astra! Median Center Astra! So, wir haben die Führung der Rechte... Also ich! Ha! Paul steht dann! Ha! 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 Ich fahre mit dem Bus und wir machen so Vollgas Minus. Was da aufbillt. Den haben wir schon gar nicht gesehen, aber das geht so aus, aber nein. Ich fahre wie mit dem Graf. Oha, Astrapark. Warum blinken eigentlich die... Du musst fragen gegen, da musst du aufpassen. Links kommt einer. Fahre. Aber wo geht's mit bei mir? Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht noch schneller wäre. Warte nicht, probierst du es halt aus? Du hast mit dem Fahrrad nicht schneller gehst. Alter. Ich habe keinen Minus gekriegt, das ist schon was Gutes, wenn ich keinen Minus gekriegt habe. Wahnsinn. Ja genau, ich renne vom Bus aus direkt. Media, Centra, Astra. Da sind wir in einer rosa Coup vorbeigefahren. Zu spät. Was? Wir sind bei einer rosa Coup vorbeigefahren. Wir sind bei einer rosa Coup vorbeigefahren. Wir sind bei einer rosa Coup. Ja, da sind wir in einer rosa Coup. Und wie viel zuerst passt. Eine Tag Standard 1. Klar. Ich habe eine rosa Coup. Ich habe meine Fahrkarte, ich habe ihn mit mir wieder gehören. Ich habe ihn mit mir wieder gehören. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hier ist die Fahrkarte. Ja so oft wie ich will. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hier. Oft. Was? Achso. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja ist mein Garl. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Na oft. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Hier ist die Fahrkarte und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Maunzi. Sie heißt Maunzi. Sie heißt Maunzi. Das ist so geil, also. Sie sind auf Buren los. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Achso, du fühlst dich wie ein Spiel. Ich hätte gerne drei Fahrkarten. Geht eh überhaupt nichts weiter. Wir kommen zu Spätlingsfahrer. Das ist ein super guter Fahrer. Was? Alter, kannst du nicht langsamer fahren. Ich sehe keiner mehr vor dir. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Das gibt Spurgas. Ich habe hier, 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 ich habe hier. Irgendwann reicht's. Wirklich? Ja, den Strich bei der Korte, das ist extrem nicht so richtig zum Durchschauen. Was? Sie lag oben auf dem Aquarium. Wieso? Die haben ja Mautze. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Achso, du denkst. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Danke. Tschüss, Mautze. Gehen Sie weg, die Tür geht nicht zu. Schau, es fällt. Die Tür ist zu. Eine Tür ist blockiert. Du Arschloch, du gehst, ich geh da vorbei. Und da kommt er und denkt, dass ich gehe zurück. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mautzee. Und ich nehme schon mit. Habe ich ihm schon mit. Habe ich ihm schon mit. Habe ich ihm schon mit zu. Ja, aber du darfst auch nicht so schnell fahren, sonst kriegst du Minusgeld. Also bis lang bin ich halt schnell gefahren. Und er sagt, dass du ausschneiden darfst. Ja, aber wie willst du das selbst machen? Anders kannst du es nicht machen. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Perfekt! Warum stehen die meisten Leute einfach da? Perfekt geparkt, nein, entwickelt. Eine Fahrkarte bitte. Ups, Ups, ich bin zu viel rausgegeben. Bitte? Es geht gar nicht. Woher? Ich hab 6 Dollar zu viel rausgegeben. Ja, es geht. Ja, es geht wirklich. Okay. Hier ist die Fahrkarte. Und... Klar! Klar! Hey, bremst endlich! Bitte! Erst brauche ich mich mit dir zu. Ich wollte mich noch schneller ausschmuggeln. So. Jetzt ist mal die Kräle aufhängen. Ui. Endstation. Murmel, Murmel, Murmel. Irgendwas klingt nicht mal wie ein... Murmel. Murmel, Murmel. Irgendwas klingt nicht mal wie ein... Murmel. Murmel. Ja, ich kann nicht mal wie ein... Das ist spät, interessiert mich nicht. Tschüss! Wie kann ich... Wie kann ich hier in ein anderes Auto einsteigen? Wie geht das? Irgendwie geht das. Aber wie? Das ist die Frage, genau. Nichts Minus haben wir gekriegt. Nein! Minus 1000. Ich hab zwei Kollisionen gehabt. Wie viele Minuten haben wir schon? 25. Wahnsinn. Ja, wir haben mehr Geld auf... Na gut, nicht so wirklich aufs Feuer, aber wir haben mehr Geld. Jetzt ist die Frage. 26 Minuten oder noch weitermachen? Ich glaub 26 Minuten reicht, oder? Ja. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Und... Ciao! Ich freue...